hallo und herzlich willkommen zurück zu castle crashers ja action und wie schon angekündigt wurde mit anderen partner und das heißt auch einem anderen charakter an meiner seite ich frage mich warum ein anderer partner und nicht wundern dass ich jetzt schon level 14 bin das hat damit zu tun dass dass man für den christlichen charakter hochgelabelt haben 10 10 und ist abodef 2 weil ja an einem rechner sitzen aber davon nicht so lassen ich habe auch eine neue magie ich habe eine neue magie bloß der entwickler das kann alle schauen wir auch rein jetzt fixer durch haben wir haben festgestellt wir müssen eigentlich durch sein theoretisch dürfte erst nicht mehr viel sinn aber es sind ählen menschen oh mein gott und sind viel dort oben mit eben schlachtwurzel und der konsole das war jetzt die ganze herde ich erinnere mich das ist schön wie bei den skorpionikern das fenster um sich boah scheiß energiekandelone ja erst erst der rosa nicht auf wälder haben wir mal so festgestellt absolut ich kann mich eigentlich immer mit meinem sprung tüten jawoll ja die brauchen bloß 1 ja egal mit was so jetzt was ist das auf zeit dann jedes jetzt war jetzt auf zeit weil da weil da jetzt die konsole zerstört hat das macht natürlich Sinn weil wenn man jemanden rettet tut man natürlich erst mal das raumschiff wo man noch drin ist zerstört ist ja voll normal ich glaube nicht dass wir das nochmal gleich schaffen das schlimmste ist ja dann dieses dieses jahr das ist wie im kino das ist wie oben im sinistrat wissen wir vielleicht schon mal was dann jetzt ist eine recht ja so solche dinge eingebaut wissen was das für einen sinn hat großartig die kamel bei sind unnötig zeit genau genau so in drei reihen oder so ja ich bin doch gestiegen für mich ist das scheiße weil ich meine maginen ich habe nachher wenn ich das level aufsteigen sollte wenn man schaden dafür machen wir können weitergehen wenn ich die kommen ja mal wieder kann ich hier ordentlich mein hammer oder einsetzen wir waren ja vor uns gerade noch in dem lava level da könnte ich ja bloß mein Frosch einsetzen das wird dann nervig wieder Zeit also das lava level ist ja das was uns am meisten gefickt hat oh oh ich hab den mal runtergegängst ja bin auf den drauf gestorben und wie man sieht ich habe immer noch mein trolleis begleiter und chris hat ähm wir fangen elefant oder das stärker aus dieses lapas dieses kamel ist so geil hop 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 oh der hat ein zebra oh der hüpft so toll auf dem lap der hat ein zebra der hat ein zebra oh ich wäre reingesaugt aber ich könnte raus schaffen was gesehen ganz und gar nicht mehr da müsste es ein reiktier immer haben das ist zu rufen ja oder die die neue ohne bockenhoes was macht die hoch verschwindet die bei mir wieder wenn ich die nehmen also egal du kannst sie doch wenn du die hast habe ich ihn noch nicht ja die nehme ich jetzt erst mal bis ich neues level werde dann nehme ich den müde ab ne bockwurst oh ich werde zurück oh schade ich wollte zurück spielen ich habe eine wurst ich bin ein lama hop 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 das ist so schön was ist das denn die ist gut für dich macht schaden und verteidigung jeden wohl mal schnell 25 schaden mehr schnell 3 schaden mehr das hat ja bloß ja geschwindigkeit ja aber das sieht toll aus ja wahr ich will meine wurst komm mit lass die einfach drüber soviel erfahrung kriegst du von den oder auch nicht one two haha das ist ein schubel mind you mind you ich bin mit dem foo die räumen alles weg ich habe aber bloß eine wurst hab schon nur zurück geschossen haha das ist auch reingeraten oh warte 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 mein kamel ist weg und dann daneben ne ne das war schon drin oh oh ne kippie was machst du die katze keine ahnung das müssen wir nachher mal nachzuden doch soviel nun was soll ich das wissen ich war ja noch nie du bist ein problem aber ich will wieder rausgehen der will mich hauen na und mein vorschlägt denn boah noch so großer der verfolgt mich der verfolgt mich der verfolgt mich oh gott oh gott das ist nicht auch noch so ein teil ne hier friss das das sind meine zwei schaden die ich mit meinem pogma da hat er aber noch einen knopf gedrückt hallo hallo die rosen weg ja typ mal ein ich versuch's ich bin nur noch für die ich treff den grad nicht ich bin nur noch für die kleinen da ja da wird gezungen geht doch oh guck mal eine schaufel da müssen wir so ein bisschen schaufeln ja das ist immer erstmal anders an wo so schön wie die die figuren einfach nur noch herfliegen ohne 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 um die beenden zu bewegen euch sind die bewegungen muss er immer das ist das ist das ist das ist das ist so ne Oh, das ist ein Damage, genau, genau, oh, oh, gell, ich sehe mich gerade, Moment, ah, jetzt, hier, guck, ich hoffe, ich bin voll, ich habe weniger Schaden mit dem, ich glaube, ja, okay, warte mal, lass mal in den rankommen, kann ja gar nicht sein, weil das hat ja, gibt da Stärke, das andere hat die Geschwindigkeit gegeben, ich habe doch wohl mal 25 gemacht, oder soll es eine 8 sein, 28, das kann natürlich auch sein, weil das würde mich wundern, das gibt ja noch was auf Stärke, Ah, das stimmt, weil die, die, die Hauptattage macht 34 Schaden, okay, ich glaube, das tut, auch gell, hat er sich das Geld weg, ist nicht, boah, hier kommt wieder hier der Mongolen an, ja, wie lange das ist, die großen sind, güter, ja, die großen sind nervig, Da muss ich irgendeinen Hammer, Dauerspam machen, oh, ja, Volleyball spielen Jawohl, aber wir führen schon nicht so, Oh, ja, das ist verkackt Jawohl, hier schalte ich rum aus Oh Das ist so dumm, Oh, ja, neuer Charakter, der Alien, ein Alien Ameisenmensch Oh, ja, neuer Charakter, der Alien, ein Alien Ameisenmensch Doch, doch, wo gehe ich nur hin auf Stärke Ähm Ach, und jetzt wird uns das ja Aber, ähm Ah, ja, stimmt, das macht Kitty Kitty Erhöht deine Stärke und Agilität, das ist was für dich Uh, ich hab mein Dings hier erhöht auch die Stärke Ja, aber ja, bist du noch agiler, bist du noch ein bisschen schneller Okay Ja, Kitty, Kitty, Kitty Nein Lauf doch nicht weg hier, ich will dich haben Guck mal Oh, ich nehme nicht weg Kitty, Kitty So Oh, das mag mich, guck mal, ich komme auch herzlichen Kitty Hahahaha 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 Der Bitter, der ist gut, der rammt Gegner weg Boah Guck mal Uh, Rami rammt fein auch Rami Dann willst du deine komische Waffe holen Ja, mein Nudelding ins Komm mit Okay Jetzt hol ich die mir Ah Was ist das denn? Ach das ist die Alienwaffe Macht aber nix Sieht aber witzig aus Äh Die Wurst, was hat denn die dort? Ach, kritische Treffer Uh Aber ich will nicht die Wurst Nimmst den Fisch, der aussieht wie wie so ein Penetrator 5000 So Du kannst die Gabel nehmen Äh Oder? Das Kantholz ist auch nicht schlecht für dich Das gibt dir auch hier auf Stärke und Dingens Ich glaube da ist das, was du jetzt hast mit dem Wasser Ich weiß nicht, ich kann das erstmal mitnehmen Das ist kein Toilz Das macht 2 Stärke, 2 Verteidigung Okay, und was willst du? Das macht das hier Ah Ne, du musst dann mal, vorne war das andere Klappe Sorry Jaja, das war ganz vorne meins Das war ganz vorne, wenn ich dann geklappt Hä Ne Ne Da Ich hab Lust geguckt Da ist es Das macht 3 Stärke und 2 Verteidigung Das ist besser Hast du mal 1? Das ist besser Ja Und ich hab jetzt so ein Fleisch, glaube ich Ja Jawohl Achso Ich bin noch, äh, trinke holen Und durch Ich bin es in verbracht Ja, ich hab frei Aber ich nehme mir noch ein paar Punkten mit Ha, mach das mal Ich rede doch wieder mit einem Kollegen hier Aha Sechs Punkten bereichen, oder? Hallo Hallo Ups Wo 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 Die Pferde sind ja gar nicht Ach, du bist ja falsch abgebogen Ja, du bist ja heute lang Ja, genau Das ist gefludelter Tempel, oh mein Gott was Oh mein Gott Oh, machen fertig Machen fertig Wir brauchen ja auch das Horn Naja, dann gucken wir das Da Ist das mal eine Buddel? Ne, das war ja die Statue Ah Ja, wir müssen erst hier durch den Klumpen Müssen erst da rein, das sehen Okay, okay Dann oben weiter zu kommen Ah, das ist auch nett hier Einfach so, die Leute alle hier Und wir müssen gucken ja hinterm Wald Gucken Das sind jetzt so Buddys Das sind jetzt so Buddys Das mache ich wieder mit 1 an Schaden Ich verstehe Achso, die Waffe ist gerade alle Ach, die Waffe ist gerade alle Ach, die Waffe ist schon noch 1 Ach, keine Ahnung Kommt doch auf die Resistenzen mit drauf an Wie eine Angel? Boah Boah Gut Die steigen tot aus den Grävern Die haben eine coole Waffe Die haben eine coole Waffe Die möchten denn Ja Ich bin schon ein bisschen Ich finde die hier Ich möchte auch gerne haben Ah, die finden wir jetzt Okay, ich denke Wie ich mich mit dem an Ich habe einfach nur 30 bis 40 Schaden machen Boah Das sind goldene Figuren Goldene Goldene Figuren Oh, das ist Geld Oh, das ist Geld Oh, die Waffe ist ja okay Aber blöd Boah Ah, da kommen die ganze Video raus Ja, das ist bei mir genauso Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Dezentlöser Siehst du blödst du in die Lila Wolke rumfliegen? Boah Das ist meine pinken Regenbogenpfeile Geld Geld Oh nein Also ein Stein Boah Wie ich einfach mal mit der Schaufel die Grabsteine kaputt mache Boah Boah Der sieht ja mal geiler Was macht denn der? Kritische und eben stärker Der bringt dem viel Also wenn du kritische Treffer machen willst Na Aber wir verschwinden die immer Du musst sie immer so separat aussehen Ach ich muss sie Oder ich muss sie zuerst finden Wo tust du? Jetzt kann ich mal wieder Leichen hin Ich hätte da schon mal welche zuerst gefunden Da ging es Da sind die nicht verschwunden Komisch Oh ne Große Leichen Da hatte ich gerade rumgeworfen der Große Geln Ich finde das mir falsch hätte wenn ich anfangen zu zaubern Ah ich bin Patricia Auf die Fresse Noch mehr Geld Ich helfe Dir Nimm mein Pfeil und meine Magie. Genau von uns müsste ein König haben als Gerachter. Meine Magie macht zwei Schaden. Immerhin. Immerhin. Wir müssten König haben, weil der König, der macht ja hier Heilung. Heilung ist ausgezaubert. Das finde ich recht premium. Dadurch, dass du ja auch keinen richten Mana verbrauch hast hier. Das heißt, dass das ja immer für Krieg generiert wird. Auch du meine ich. Schön geil. Ach, zum. Oder ist bestimmt was. Oh, oh, oh. Er hat aber böse geguckt. Ah, den schlechten Daumen. Die Meister Pads. Ja. Die Waffe ist aber uncool, was die hat. Huf, die Fresse. Ja, die leuchtet so schön. Ist doch so schön. Bestimmt, es war Hofkirchstein. So, fünf Schaden hier. Boom, nochmal fünf Schaden. Uh. 50 Schaden Graut gemacht. Oh, da hinten läuft noch einer. Ja, ich will jetzt. Ich sehe ihn, glaube ich. Wenn man auf die Fresse hat. Ich glaube das tot. Ah, das könnte gut sein. Oh, 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 oh. Oh, ein Frosch. Das ist schon wieder so ein fettes Wollknall. Oh, aaa! Oh, das kein Hörschen. Oder Zwischenfall. Ne, das ist doch bloß. Bis zum Nerven. Die schwarzen Daumen hoch. Ne. Die schwarzen Daumen kommt. Oh, nicht das Essen mit, das Essen mit. Ich muss kurz den Typen töten. Das ist lustig, die zu teilen in ihre Einzelteile, wenn die drauf gehen. Ah, hier ist der Renold. Der wollte einfach mitkommen. Der hat sich so von hinten angeschmissen. Spieler 3. Hast du es mitgenommen? Ja. Ich bin gierig, wenn es um sowas geht. Ne, das war Essen. Ich mach bei den Viechern nur 50 Schaden und die beiden haben wir. Alter, die können Dorn beschweren. Ja, das hat er vorhin schon gemacht. Aber nicht bei mir. Bei dem, bei dem, wo die Viecher noch waren gerade. Ja, da hab ich mich voll und ganz auf das große konzentriert. Ja, eigentlich habe ich vielleicht den 4er. Das läuft doch nicht. Ich hab auch 3er. Das läuft. Oh, meine Schnecke. Oh, guck mal. Ein großer. Hau den schon. Ja. Ah ne, der große ist für uns. Ja, ja. Ich wollte den gerade attackieren. Au. So, ne. Au. Geld. Mein. Oh, gar nicht. Oh. 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 Ein drehender Mais. Ich muss da mal reingehen. Ich muss im Nahkampf gehen. Ach, die geben ja Heilung, die Digger. Ach so. Heile mich. Die machen ganz schön Damage. Ach so. Warte. Du musst mal was sammeln. Das hab ich mir so gedacht. Ja. Aber die bringen. Okay. Das heißt nicht. Du musst da einfach so ein Staden gehen. Ich kann so kurz angreifen. Wenn es da 25 Staden ist. Das war aber mein Vorschläge. Ja, natürlich. natürlich weil sie dann aber kaum zu fassen genau bei mir erschienen ist klar der ist leider schon weg vielleicht doch ja es ist ein popcorn Sie sehen da wollte er mich verleuern aber aber das ist böse binne Röni ich muss noch weniger da kieren jetzt auch aber du siehst schon da wird schon langsam leer da wird langsam leer na guck doch mal da kommt noch Mais am Kölben wenn er so doof ist dein Mais verschießt boah da peitscht die blöde Sau ja ein Frank ich komm doch nicht mal in die seine Nähe oh jetzt jawohl boah ich bin schon in meine Nähe ich hab keinen Manna mehr alle alle 4 brauchen wir nicht mehr er kommt genau unter mir hoch die ganze Zeit von uns die ganze Zeit jetzt viel Schaden noch wird er irgendwie mitgegeben wird er mich jetzt verarschen oder was so jawohl ganz viel heilen ja ja lass unsere Popcorn liegen du Arsch ja ich wollte das Popcorn noch sammeln oh hat ein Beschiss hat ein Beschiss hat ein Beschiss alle sind in einem Griff doch Sumpf draufladen oh guck mal ein Schwein mach' warte 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 einfach ich geh' mal aus dem PIN Äh Machen die dir mehr Nahrung gibt mia gesundheit gibt oh wieviel kostet das ach das ist viel zu teuer ok warte als hätt's ich mir als Piggy gekauft schon wenn das so lustig aussieht Boah, zwei Angriff und fünf Rüstungabwehr. Also für den Preistücher-Buro. Ja, ist das Hackmesser. Du du duuuh! Wo ist das Typ kaputt? Na, Geld! Jetzt war aber doch Schaufel aus wie. Iiii Wasser! du hast recht die menschen füche schön dass sie dann schön gebraten sind mit spieß drin jetzt können wir effekte müssten verbete zählen das ist immer unterschiedlich mit dem schaden je nachdem was die resistenzen haben ich bin ein frosch springt er noch höher durch seine komische art schön uff de fress uff de fress warte ich rette dich mit meinem bogen der jetzt 4 schaden macht mittlerweile hühnchen schaden und sparen hat er gefunden ich habe direkt verschwunden wieder nach Ja, das landet direkt im Ausguss. Du hast einen neuen Move gelernt. X-X-Optalon. Ah, ein Betäubungsschlag. Betäubi. Und dann schaufeln. Und beiden Seiten auf die Fresse. Oh, guck mal, der Spiegel ist kaputt. Vor allem finden die sich so komisch oft bloßt und die hässlichen Viecher. Ist der jetzt wieder hochgegangen oder was? Ja, der ist hier hoch, der ist abgehauen. Ah, guck, da ist er bitte. Jetzt hängt doch der Mann fest. Ist mir da hoch? Nö, viel lang. Jetzt gibt es doch noch was. Da kommen nur die Früche. Oder quacken oder schießen. Nee, schießt die weg. Boah, der einen übelsten Sprung mit Rüssel. Die Dings-Attacke. Was? Rüssel? Ja, hier seine Dummen-Attacke. Damit springt er so hoch. Was du machst mit dem Katapult? Ja, genau. Fünf Schaden. Fünf Schaden. Nochmal fünf Schaden. Hab schlimm gebracht. Fünf Schaden. Fünf Schaden. Solltscheid. Ja. Fünf Schaden. Fünf Schaden. Wow. Guck, einfach so, wozuheg ist amlet, ja, mua. Ja.